Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergog, hier nicht, und heute soll es einmal darum gehen, was passieren würde, wenn ein Sulgon auf Level 1 in die neue Welt gelangen würde. Doch bevor wir mit dem Thema anfangen, sage ich noch einmal schnell, Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Fanks-Funktion. Ach ja, und bitte schaut die ersten drei Teile, denn ohne die macht der dritte Teil wenig Sinn. Habe ich drei gesagt? Die ersten zwei Teile. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema. Nachdem Ainz-Owl-Gon mit seinen dutzenden untoten Gefolgsleuten im Herzen der Katzebene angekommen ist, wurde das Loot aus der Stadt Irantel beurteilt, gezählt, katalogisiert, und die besten Items wurden ein Teil von Ainz-Owl-Gons Ausrüstung. Eine magische Robe, die jeden magischen Ange vom 10% abschwächt, sein Orb, das Untote kontrollieren kann, ein Zepter, das Elementarmagie verstärkt, und ein magischer Rapier, ein Fechtschwert, das er von einem Abenteurer hatte, der von einer ganzen Horde Untoten überrannt worden ist, zählten zu den Dingen, die er nun selbst trug. Die anderen, etwa ein Ring, der die Skills von Bestienreitern verstärkt, oder ein Armreif, der schreint in Stille, der es Baden ermöglicht, ihre Lieder ungehört zu spielen, die konnte Ainz-Owl-Gon nicht ausrüsten. Und während er auf der Untoten-Ebene trainierte und stärker und stärker wurde, bemerkte er auch, wie die Untote-Ebene kleiner und kleiner wurde. Einst lag die Stadt Irantel nach Kajids Ritual im Nebel der Ebene. Nun reichte der Nebel nicht einmal bis 100 Meter an das Stadttor heran. Und von allen Seiten kamen mehr und mehr Abenteuer auf die Ebene, um Untote zu beseitigen, und eins, der nur eine vage Idee hatte, was die Welt der Lebenden macht, und wie sie nun zurückschlägt, musste etwas tun. Und schon sehr bald bot sich dem Skelett-Magie eine Möglichkeit, seine Situation grundlegend zu verändern. Denn auf der Ebene geriet ein Team von Kämpfern an eine ganze Horde von starken Untoten. Und ein Kämpfer, ein junger und zunehmend verzweifelter Mann mit blondem Haar und einer roten Strähne, wehrte sich, mit all seiner Kraft, gegen einen mächtigen Skelett-Krieger. Es war glücklicherweise kein Death Warrior, oder eine ähnliche übermächtige Kreatur. Doch Hikaran, der bereits sehr geschwächt war, konnte trotz seiner wertvollen Ausrüstung und magischen Tränken dem Untoten einfach nicht mehr genug entgegensetzen. Denn ihm ging nach und nach die Puste aus. Stück für Stück gewann der Untote Krieger die Oberhund und schlug ihm schließlich den Morgenstern aus der Hand, mit dem er verzweifelt versuchte, sein eigenes Leben zu verteidigen. Doch mit dem Mut der Verzweifelten schleuderte Hikaran dem Untoten seinen letzten Heiltrank mitten ins Gesicht und schlug mit seinem Eisenpanzerhandschuh auf ihn ein. Nur um einen Stich durch seine Schulter zu erleiden und durch einen kräftigen Tritt auf das linke Kniegelenk umzuknicken und zu Boden zu gehen. Hikaran schloss die Augen, als der Untote sein Schwert erhob, um ihn seinen Kopf abzutrennen. Doch es passierte nicht. Dennoch hörte er, wie Knochen klapperten, und kurz darauf hörte er eine menschliche Stimme, die ihn fragte, ob alles okay war. Hikaran atmete erleichtert auf. Blut überströmt öffnete er seine Augen, um dem Abenteurer zu danken, der ihn in letzter Sekunde gerettet hat. Nur um das Gesicht eines weitaus mächtigeren und deutlich grausameren Untoten zu sehen, der ihm jedoch die Hand reichte. Vor Schreck koch Hikaran zurück, so gut es ihm sein kaputtes Bein und seine fleste Schulter erlaubten, und seinen großen Untoten in prächtiger Robe mit einem Heiltrank in der anderen Hand, der ihm immer noch aufhelfen wollte. Zögerlich ging er auf das Angebot ein, nur um dann vom Untoten in ein Gespräch verwickelt zu werden. Er beteuerte, dass er die Lebende nicht hasst, sondern in ihrer Gesellschaft getarnt weiter existieren will und dass er gut für die Dienste von Hikaran bezahlen würde. Als Hikaran zögerlich auf das Angebot einging, nutzte er einst den Heiltrank, um seine Wunden zu schließen und ihn so zu stabilisieren. Mit dem Auftrag, einen Posten für den Untoten Caster zu finden und ihn währenddessen mit weiteren magischen Arte Fakten zu versorgen, wurde er zunächst an einer ganzen Wagenladung voller magischer Items vorbeigeführt, bevor der Untote ihm den Weg zurück zu seinen Kameraden zeigte. All das war extrem seltsam, aber das Geld war zu verlockend, die Items, die der Untote hortete, zu wertvoll, um diesen Deal auszuschlagen. Und außerdem brauchte seine Kameraden Arsche dringend Geld. Und so konnten die beiden Irmina und Robert Dyke davon überzeugen, diesen Deal einzunehmen. Und so tauschten sie im Verhältnis von 2 zu 1 mit 1 Zauberstäbe für magische Schwerter, Manau füllte Tränke gegen Heilungsitems und für 100 Waffen und 100 Silberstücke übergaben sie ein Stilet, das sein Interesse weckte, denn offenbar konnte es einen Feuerzaubern sich aufnehmen und ihn nach Belieben freisetzen. Und auch wenn beide Seiten sich misstrauten, Robert Dyke immer bereit dazu war, Turn und Death zu wirken und die Dutzenden Untoten auf 1 Seite nicht eine Sekunde ihre Blicke von den Körpern der Lebenden lösten konnten. So war es dennoch ein sehr produktiver Deal für beide Seiten. Doch alle guten Dinge müssen einmal ein Ende haben. Und 1, der nicht nur Dutzende Ausrüstungsgegenstände erhalten hat, sondern auch Informationen über die Welt, die Nationen und was außerhalb seiner schrumpfenden Untoten Ebene so vor sich geht, war dankbar für jedes bisschen Wissen. Und dann kam endlich die erlösende Nachricht, auf die 1 gewartet hat. Im Tausch für 100 Gold und viele der verbliebenen magischen und nicht magischen Gegenstände hatte Hikaran über 3 Ecken Kontakt zu den 8 Fingern hergestellt. Und der Anführer des Sicherheitsapparates Zero hatte einen Job für 1 in den 6 Armen, da bald eine Stelle frei werden würde. Und so wurde 1 getarnt als Abenteurer in die Stadt Erantel eingeschleust, die die Theokratie in mühevoller Kleinarbeit von den Untoten zurückerobern konnte und dem Kaiserreich übergeben hat. Und 1 erkannte die Stadt nicht wieder. Nichts blieb von der düsteren Atmosphäre und die Straßen der Stadt waren gefüllt von Leben. Hikaran hatte schon erwähnt, dass die Leute im Kaiserreich optimistisch sind und dass nun Jörgnev über Erantel herrscht und nachdem Slane die Stadt gereinigt hat, war scheinbar wirklich alles in bester Ordnung. Für 1, der bisher ja nur größtenteils die untote Ebene und sein altes Leben in Smog und Zwielicht gewohnt war, war die helle Sonne ungewohnt. Doch sein untoter Körper half, sich dieser ungewohnten Atmosphäre anzupassen. Und dann, im Hinterzimmer einer Taverne, wurde einst gebeten, auf den Anführer seiner zukünftigen Firma zu warten. Und damit endet auch schon der dritte Teil dieser kleinen Serie. Und nun seid ihr an der Reihe. Schreibt ganz gerne eure Meinung zum Thema und zum Video ab in die Kommentare. Und während ihr das tut, sag ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an... animangatv.de Blue Planet 6 White Bird Best Philipp Mr. TNT Fabian Karibasas Maske David André Hope Hauer Nix Morgdir Sebastian Dark Phoenix One Desputanis Neymasa1106 Peng Der Pirat Florian Peter Lordikon 3D Kitsune Mr. Funny Guy Tiva Tiva Tobi CTC Krull Tappes Hendrik Stresso Juhari Can und Al Bosna Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle habt einen wunderschönen Tag. chocolate mit der Mäken Er Kitsune Musik Vielen Dank.